Ich habe eine Frage von einer Zuschauerin erhalten und zwar fragt sie, wie reagiere ich, wenn mein Mann genau das getan hat, was du mal beschreibst. Auf einmal war er unzufrieden und hat die Schuld in der Familie bzw. in der Partnerschaft gesucht. Er ist vor zwei Jahren ausgezogen, hat aber immer irgendwie den Kontakt gehalten und nachdem die Schmerzen halbwegs überwunden wurden, versucht er nun zurück in die Familie zu kommen. Die Frage, kann man sowas verzeihen und geht sowas gut? Sie muss ständig an die Wunden denken, die er ihr bzw. den Kindern zugeführt hat. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschalten hast und steigen wir auch direkt mal ein. Ich würde das sozusagen mal dahingehend aufrollen, dass vielleicht eher die Frage gestellt werden dürfte, wie ist denn überhaupt in dem aktuellen Zustand, von dem der da so rausklingt, überhaupt möglich ist zu reagieren. Und es klingt so ein Stück weit raus, dass natürlich die Verletzungen erst mal überwunden wurden, aber trotz alledem noch da sind. Das heißt also auch, wenn ich mich da hinein versetze, dann und ich sozusagen diejenige wäre, dann würde ich wahrscheinlich mich in einem Zustand befinden, von ich bin noch eingeschossen, ich bin noch potenziell verletzt oder bzw. ich habe die Wunden, die mir zugefügt wurden, sozusagen sind noch halbwegs verheilt, aber noch nicht so, dass ja das Potenzial der Verletzung, das Potenzial der Verletzlichkeit und dementsprechend auch des Wiederverletztwerdens auch im Raum steht. Dementsprechend, welche Möglichkeit habe ich in diesem Moment, jetzt hier zu reagieren? Ja, letztlich ist es ja in einer gewissen Weise im Zustand von Ungewissheit, Zustand vielleicht sogar von Angst. Und in einem Zustand von Angst werde ich natürlich meinem Gegenüber nie wirklich so offen begegnen können. Das ist mal der eine Punkt. Das heißt also, es wird definitiv irgendwie eine Dynamik von Nähe und Distanz zur Folge haben, denn ich muss erst mal checken, wie mein Gegenüber hier drauf ist und was er potenziell ja jetzt hier für Motivationen hat, wie er unterwegs ist und was er hier gemeinsam vielleicht auch irgendwie fordert. Und vor allem, und es wird sehr wahrscheinlich die wichtigste Frage hier sein, hat das denn jetzt einen anderen Bestand als das, was wir gemeinsam jetzt erlebt haben oder erlebt hatten? Und in dieser Betrachtungsweise ist natürlich der Punkt, dass die ausschlaggebende Behaltung hier natürlich auf der anderen Seite eine entsprechende Wirkung zur Folge hat. Und die Frage also, kann man sowas verzeihen, natürlich nur dann möglich ist, wenn hier wirklich eine Heilung stattgefunden hat, eine, ja, ein Frieden stattgefunden hat und vielleicht sogar ein gewisses Verständnis dafür stattgefunden hat, was auf der anderen Seite möglicherweise da passiert ist. Hilfreich wäre natürlich, wenn ich jetzt hier der Partner wäre, dass ich meine Unzufriedenheit in mir selbst geklärt habe, dass ich den Prozess auch in irgendeiner Art und Weise in mir geklärt habe und ich die Basis von Zufriedenheit in mir idealerweise etabliert habe. Denn dann verwende ich natürlich die Beziehung nicht mehr dafür, dass sie mich vollständig macht, dass sie mich zufrieden macht, sondern ich komme in die Beziehung aus einer entsprechenden Fülle, aus einer entsprechenden Haltung von Stabilität und gründe sozusagen die Beziehung auf einer ganz anderen Ebene. Und natürlich wäre ich hier dann verstehen können, dass auf der anderen Seite Verletztheit da ist, dass potenzielle Angst auch vielleicht da ist und mir ist dementsprechend natürlich auch klar, dass bei meinem Gegenüber, bei meiner Partnerin sozusagen, ja, ich ihr etwas angetan habe, was natürlich erstmal auch Heilung notwendig macht. Das heißt also, von meiner Seite her bräuchte es natürlich auch eine gewisse Sanftheit und natürlich auch Verständnis dahingehend, dass auf der anderen Seite potenzielle Unsicherheit da ist und das kann natürlich nur dann funktionieren, wenn von beiden Seiten tatsächlich auch die Klarheit für die inneren Aspekte und für die entsprechenden Bedürfnisse, die jetzt hier wichtig sind, auch auf dem Sturm sind. Das Ganze kann dann nicht funktionieren, wenn hier aus dieser Dynamik eine potenzielle Opfer-Täter-Dynamik entsteht. Das heißt also, ich bin hier die verletzte und betroffene Person, die in dem Moment natürlich hier mit einem mangelnden Vertrauen in auch die Partnerschaft, in dem mein Gegenüber unterwegs sein wird. Und es gibt typische Weise in so einer Haltung natürlich zwei Möglichkeiten, mit denen ich unterwegs sein kann. Das heißt also, auf der einen Seite, ich könnte hier sehr, sehr abweisend sein, in der Hoffnung, dass ich ausreichend Beweise erhalte von meinem Gegenüber, um in irgendeiner Art und Weise für mich Kriterien für mich Signale zu halten, um hier zu meiner Sicherheit zu geraten, was ich jetzt hier entscheiden könnte oder entscheiden sollte. Das heißt also, ich werde potenziell vielleicht meinen Partner erst mal sehr auf Distanz halten und werde ihm vielleicht nicht irgendwo ein sehr klares Signal machen, dass hier eine vollständige Aufmerksamkeit für eine potenzielle zukünftige Partnerschaft da ist. Das heißt also, hier darf auf der anderen Seite sich jemand bemühen, mir beweisen, dass er es jetzt hier in dem Fall ernst meint. Und das könnte natürlich zu so einer Dynamik führen, wenn hier tatsächlich jemand eben nicht in seiner Stabilität, in seiner Fülle steht, dass er natürlich hier in einem Mangel potenziell eingetriggert ist und erst recht natürlich sehr engagiert ist, um sozusagen sich innerhalb der Beziehung zu beweisen. Der Beweis dient eigentlich nicht für die Partnerschaft, sondern der Beweis dient eigentlich dazu, für sich selbst eine Bestätigung zu erhalten, dort wieder geliebt und dort wieder anerkannt zu werden und sozusagen seinen Platz in der Beziehung wieder zu finden. Und das führt auch dazu, wenn es in so einer unkonstruktiven Dynamik läuft, dass, wenn die Partnerschaft dann eine Weile läuft, dass man irgendwann wieder an demselben Punkt landet, weil die Beziehung auf der Basis eben nicht von Fülle, sondern auf der Basis von Mangel entstanden ist und sozusagen oder wieder gestartet ist. Und von daher ist das natürlich eine sehr wichtige Komponente, dass hier von beiden Seiten auch ein Stück weit innerlich aufgeräumt wurde. Und das wäre schön, wenn das innerhalb der zwei Jahre vielleicht gelungen wäre und jeder für seinen Teil dazu beigetragen hat, dass das möglich wird. Man könnte natürlich auch auf der anderen Seite hier tatsächlich ein Angriffsszenario führen, dass man also hier tatsächlich von sich selbst überzeugt ist, dass man dem anderen kein Vertrauen schenken wollen würde und dementsprechend grundsätzlich sagt, nein, ich lebe das hier komplett ab, könnte natürlich eine Strategie sein. Die Frage ist natürlich, wenn ich in eine zukünftige weitere Partnerschaft auch mit jemand anders gehen wollen würde, könnte es sein, dass dieselben Ideen und dieselben Glaubenssätze, dieselben Überzeugungen potenziell ich immer noch mit mir herumtrage. Das heißt also, ein potenzieller neuer Partner oder eine potenzielle neue Partnerin, in jedem Fall ein Partner, der kann von vornherein in dem Moment schon gar nicht so wirklich offen betrachtet werden. Und weil natürlich die Gefahr existiert, dass möglicherweise eher wieder ein jeniger sein könnte, der mich potenziell wieder verletzt, der potenziell auch eine Verletzung bei meinen Kindern hinterlässt. Und das ist natürlich eine Gefahr, die ich grundsätzlich erstmal abwehren muss, wenn ich mit diesem Glaubenssatz unterwegs bin. Und dementsprechend wäre ich natürlich immer auch mit einem zurückhaltenden Gefühl, mit einem nicht so wirklich offenen Gefühl in eine potenzielle Partnerschaft gehen können. Und wenn überhaupt gehen können. Und von daher halte ich mir sozusagen die Männer in dem Moment vom Leiden der Form, dass ich vielleicht sogar in solchen Ablehnenden oder vielleicht sogar Angriffsszenarien unterwegs bin und sozusagen knallhart auf, wie kann man sagen, auf Angriff gebürstet bin, auf Deutsch gesagt, und sozusagen gar nicht jemanden an mich heranlasse. Das kann natürlich in letzter Konsequenz, wenn das innerlich nicht wirklich geklärt werden, dann erlebe ich es oft, wenn ich mit Menschen oder dementsprechend mit Frauen beziehungsweise mit Männern auch gerade zu sexuellen Themen arbeite, dann kann das dazu führen, dass natürlich gerade innerhalb der Sexualität ist es die nächste, also im Sinne von nahe Kommunikation, die in dem Moment körperlich sozusagen erfahren und geteilt werden kann. Und wenn ich mir natürlich selbst nicht hundertprozentig sicher bin, wenn ich nicht wirklich selbst in mir stabil bin, dann werde ich in dem Moment jemanden natürlich so nahe mich an mich heranlassen. Bei Frauen kann das dazu führen, dass sozusagen sexuell, ja, dann sozusagen ich mich nicht fallen lassen kann, dass ich keine Nähe zulassen kann, dass keine Hingabe möglich ist. Und die weibliche Komponente ist ja in dem Moment die empfangene Komponente innerhalb der Sexualität und dementsprechend, wenn das in mir nicht geklärt ist, dann kann das durchaus sein, dass man auf der einen Seite so eine Ambivalenz bekommt, dass man zwar für Sexualität offen ist, aber der Körper vielleicht in dem Moment einfach nicht mitspielt. Bei Frauen kann das bis dahin führen, dass eine Dysparemie oder ein Vaginismus auftaucht, was also so viel bedeutet, dass Geschmerzen beim Geschlechtsverkehr auftauchen können. Und bei Männern kann das in dem Moment genauso dafür sein, dass so viel Druck im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Kessel ist, dass sozusagen keine, ja, erfüllte Sexualität im Sinne von, dass der Körper einfach in dem Moment nicht mitspielt. Das heißt also, es könnten dann die Folge von Erektionsproblemen oder, ja, vielleicht auch vorzeitig ein Sammangus führen. Das sind so Themen, die sich dann unbewusst kompetent dann irgendwo zeigen, ohne dass man das jetzt bewusst in irgendeiner Art und Weise sichtbar hat. Aber in dem Moment ist es, wie gesagt, die nähe der Kommunikation. Und wenn da in dieser Nähe ein Konflikt ist und Angst ist in dem Moment natürlich immer, auch wenn sie eine unterschiedliche Angst ist, dann etwas, worauf der Körper natürlich reagiert. Das heißt also, freiwillig begibt sich das eigene System natürlich nie in eine so nahe, in einen so nahen Kontakt, der für mich potenziell aber eine Gefahr bedeuten könnte. Und wenn aber da der Verstand dazwischen grätscht und sagt, na ja, ich möchte ja Bindung, ich möchte ja eine Beziehung, ich möchte ja einen auch sexuellen oder nahen Kontakt erfahren und auch miteinander teilen, dann zeigt sich dann, wie gesagt, oder kann sich dann dementsprechend die Inkonkurrenz zwischen dem, was man eigentlich will und dem, was das innere System jetzt hier möglich macht, auf dieser Ebene zeigen. Also von daher wäre grundsätzlich natürlich, um da das gut aufzubauen, hilfreich, dass tatsächlich beide für sich selbst eine entsprechende Klarheit, eine entsprechende Aufgeräumtheit mitbringen und sozusagen maximal geheilt, maximal erfüllt, maximal, ja, gelöst in eine potenzielle neue Begegnung hineingehen könnte. Je nachdem, wie das eben gerade möglich ist. Das Ganze ist natürlich im Laufe der Zeit auch durchaus gemeinsam aufbaubar, natürlich. Und es wäre natürlich am Ende auch eine Bereitschaft, hilfreich, dass beide auch einen entsprechenden Wachstumsweg miteinander gehen und sich gegenseitig da auch potenziell reflektieren oder zumindest wäre wichtig, dass eine entsprechende Selbstreflexion möglich wäre oder möglich geworden ist. Ich hoffe, das war soweit hilfreich und freue mich auf potenzielle Kommentare. Wenn auch du noch eine Frage haben solltest, schick mir das gerne und dann sehe ich zu, dass ich vielleicht auch zu deiner Frage dir noch einen Beitrag leisten kann. Ich danke dir fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns einmal in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin und alles Liebe. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.